Ich habe ein Gewicht verloren, also ich glaube sieben, um mit Bär. Der Schlusspunkt war so um die 114, 115 Kilo, um das Mantal auszudrücken. Also habe ich spät fast 12,5 Kilo abgenommen. Das heißt, wenn du jetzt auch so ein geiles Ergebnis haben willst, dann trage dich jetzt auf dieser Website für ein kostenloses Erstgespräch an und ich helfe dir ganz persönlich dabei, dein Ziel zu erreichen. Soll ich, soll ich. Soll ich! 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 Das ist so schön. Das war's für heute. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 Vielen Dank. 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 Bye.